hallo leute da wären wir wieder im letzten video haben wir euch erklärt den unterschied zwischen mehrfarb und chameleon hier auf dem tank haben wir einen mehrfarbeffekt den gleichen der auch auf dem carb shape war auch blau zu grün hier sieht man es leicht grün schimmern und hier hinten so ein leicht bläulich ist natürlich sehr mager lackiert aber so kann man natürlich in dem sinne tank oder auch ein ganzes motorrad ein auto sehr dezent lackieren mit einem effekt den man nicht überall sieht man kann es ganz natürlich auch sehr dicht lackieren natürlich ein sehr effektvollen lack oder halt sehr mager je nachdem wie viel man aufträgt um so intensiver wird natürlich auch der lack ich hoffe wir konnten euch damit wieder ein bisschen helfen lasst uns ein like da und abonniert unseren kanal wir würden uns freuen dann Untertitelung des ZDF, 2020